so leute ich zeige euch heute noch mal kurz was zu texturen das ganze wird so was wie ein tipp video gleichzeitig möchte ich auch den treuen zuschauern von mir etwas zur verfügung stellen was hoffentlich euer leben dann wesentlich erleichtert vor allem im umgang mit texturen gleichzeitig ist das ein feature was bei material works bei diesen ich sage mal ominösen material library addon drin war als feature das ist das quasi das habe ich schon länger also dieses verfahren dass man einfach einen button hat um das umzustellen von object auf uv oder von uv of object und das zeige ich euch jetzt so das heißt wir sind erst mal im blender ich habe jetzt hier ein material und ich habe das direkt so eingestellt dass das wie triplaner ist das heißt ihr steckt es nicht in uv rein das mapping sondern in object und dann könnt ihr jede textur von flat auf box umstellen und dann den blendwert drauf nehmen blendwert schauen wir uns gleich noch an ist vielleicht auch nicht ganz banal ich habe das displacement ausgeschalten weil das irgendwie seit einigen blinder versionen mit dem displacement nicht mehr funktioniert da gibt es ganz eigenartige artefakte ich kann es euch auch eigentlich ganz kurz zeigen so was da ja schade eigentlich gut das heißt normalerweise ist das ja angebunden über die uvs und dann geht es ins mapping node dann geht es rein und die textur ist auf flat gestellt so das ist der normale weg der dinge wenn das objekt auch abgewickelt wurde darf man auch nicht vergessen so immer wieder rein objekt modus u und dann an wrap oder smart uv projection ok alles klar so das heißt was mir jetzt für ein mod aktiviert haben box oder triplaner wie auch immer man das nennen möchte funktioniert so dass quasi von bei dem cube von allen seiten das mit der textur angestrahlt wird das ist die variante die andere variante das uv mapping ist wenn ihr den würfel nehmt den quasi aufblattelt wie man bei uns sagt und dann auch die textur drauf liegt so wird dann nachher die textur auf das entsprechende objekt drauf projiziert und das sind die zwei möglichkeiten die es quasi gibt wahrscheinlich gibt es noch mehr aber jetzt im blender sind mir bewusst die zwei bekannt okay das jedes mal hier umzustecken das geht ja noch aber bei jeder textur jedes mal umzustellen das sind mindestens acht schritte das war mir damals langweilig gewesen deswegen kriegt ihr dann von mir jetzt auch weil ich das schon länger in verwendung habt das mapping switch uv oder switch mapping ich weiß nicht mehr genau wie es genannt habe aber ihr findet auf jeden fall dann den link in der beschreibung dort könnt ihr euch das runterladen von meiner dropbox und das funktioniert super das heißt egal was sie hier jetzt für einen zustand habt und ihr habt das addon installiert nicht zu vergessen auf preferences addons dann install dann das pfeil raussuchen und dann aktivieren funktioniert alles wie bei jedem anderen addon habt ihr hier im material view jetzt jedes mal diesen button uv box und wenn ihr den drückt dann wird das einfach umgestellt okay das ist es wie es funktioniert und das ist halt einfach so banal und einfach dass ich das euch kostenlos zur verfügung stelle weil ja es ist wirklich und das funktioniert ich habe noch nie erlebt dass es nicht funktioniert ich glaube in groups innerhalb von material gruppen funktioniert es nicht aber wollen wir die kirche im dorf lassen ja das ist ein bisschen anders noch mal zu programmieren ich habe oft so kleine helferchen weil ich halt ganz einfach so was öfter brauche und problem ist bei mir nur ich würde das manchmal gerne alles unter einem addon vereinen aber das ist alles ein bisschen aufwendiger dann und dafür habe ich dann meistens nicht die zeit ich bin halt einfach ein fan davon dass alle addons einfach einen button haben wenn es geht und dann alles automatisch passiert wie bei meinem heiß geliebten real padel pro was derzeit leider mit dem displacement also zumindest im triplaner nicht funktioniert das ist natürlich ein bisschen tragisch so wie auch immer darum soll es nicht gehen und jetzt zeige ich euch noch ein problem was diese variante hat wenn wir jetzt dieses material rüber schleifen kann ich hier jetzt muss ich hier gerade schauen wir sind auf objekt wir sind auf triplaner unterwegs okay und das sieht oftmals gar nicht so schlecht aus allerdings wenn ihr jetzt systemische texturen habt also irgendwelche muster dann sieht das meistens nicht gut aus schauen wir mal ganz kurz auf ein anderes ich suche hier mal nach einem systemischen muster nehmen wir mal vielleicht das hier das glaube ich ganz gut okay dann gehen wir in den shader editor und können hier einfach oder mal hier und das placement raus und jetzt ist das auf uv gestellt und wir gehen auf box und hier seht ihr das jetzt ganz gut das heißt es wird von allen seiten projiziert und das beißt sich aber hier wir müssten den blendwert dann halt runter setzen so und das ist es das ist ein das das problem und gleichzeitig natürlich auch die die grenze von diesem verfahren wenn man so will trotzdem ist es meistens das beste was man machen kann oder sehr oft zumindest wie ich finde und das ist das was auch so ein bisschen mich gestört hat bei diesem einen spezifischen material add-on dass man eben sagt man braucht nie wieder uvs und dann gleichzeitig sogar noch zeigt wie man es auf einer sphäre macht und genau dafür das aber eigentlich nicht gut funktioniert wenn überhaupt ja und das ist halt die sache also hier müsste man dann überlegen ob man wirklich dann uvs nimmt das funktioniert unter umständen wesentlich besser gut leute also das hat und beinhaltet hier diesen uv box button und das bekommt ihr von mir könnt ihr euch runterladen und könnt dann hier einfach jederzeit ganz bequem umswitchen ist total super finde ich brauche ich immer wieder weil ich größtenteils einfach auf box modus arbeite und dafür ist das einfach dann schnell so ein kleiner helferlein alles klar leute dann bis zum nächsten mal macht's gut viel spaß damit und ciao bis zum nächsten mal